Hallo, ich bin Marcel Davies. Seit 16 Jahren arbeite ich bei 1&1. Ich war dabei, als wir als erste kostenlos WLAN angeboten haben. Oder als wir die Flatrate für alle bezahlbar machten, für Telefon und Internet. Aber die neueste Innovation von 1&1, die sehen Sie hier. Das bin nämlich ich, der neue Leiter für Kundenzufriedenheit. Ab sofort werden sich mein Team und ich persönlich um Ihre Fragen kümmern. Und wenn bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft, bringen wir es zum Laufen. Wenn Sie mit einem Produkt nicht hundertprozentig zufrieden sind, verbessern wir es. Damit Sie mich auch erreichen, meine Mailadresse. davies.at1&1.de Fair und transparent. 1&1